Was machst du das, du Arschloch? Oh nein! Warte kurz! Gut, gut, Alter! Alles du scheiß Rückenarbeit! Ich häng' an! Ja, die Fenster muss ich aufmachen. Die Kuh muss ich noch zeigen, gell? Okay! Und das auch! Ja! Oh! Warte aufmachen! Oh! Oh! Muss der Fögel oder der Wappler? Ist das besser, was weiter ich will? Ja, dann hat's gespart! Hey, die Schiene ist noch drin! Was? Die andere Schiene ist noch drin! Scheiße! Gib sie doch nicht! Sicher! Ich wollte mir gleich eine Stafel her! Eine kurze Stafel oder irgendwas, dann kann ich die Fenster zurücklassen! Ich glaub nicht! Alter, die Leiter! Geh! Du musst das überhaupt aufgeben, wo kannst du noch rausgehen! Eine Schiene, die muss rausgehen! Geh! Hier, lass' auch nicht die Neh' wieder! Hauvelassen, zum Bockladen! Hä? Hau? Da hast du ihn noch zu kommen! Zum Bockladen lassen! Jetzt gibt's eben gar schöne Gsenk! Hauvelassen! Aber, da hast du ihn noch rausgehen! Hauvelassen! 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 Das ist ein richtiger Wappler. Das habe ich gar nicht gesehen. Hätte ich mir so gut versteckt. Du hast noch die andere, aber ich glaube, das ist schön. Ich ziehe dich. Allein. So, jetzt muss es gut. Tschüss, guten Tag, tschüss. Geh mal dazu beim ersten Mal. Ja, jetzt geht es schon. Der hat geschwerte Lächel. Halt, komm. Gehen wir nach Hause. Das Holz muss es nicht mehr geben. Nein, das Holz noch. Na geh, das ist doch. Das Holz, das darfst du abfangen. Ach!